gutlicht die transport auftrag das ist zu land ja markiert da unten sind zwei stück sogar also wir gehen am rand entlang ganz am rand entlang komm mit und lieber schwimmen weil da vorne nachher kommen ja hier mit dem boot komm terminate list licht die die serie jetzt glaube ich aber es bleibt k.i. links auf links in der hall ist auch k.i. k.i. links in den auftrag an komando an ultra 1 die infos enthielten dem standort wertvoller fracht im einsatzgebiet transportiert wird darin da kommt die position ist auf der taktikkarte markiert k.i. voraus viel zu laut sind viel zu laut wir gehen hier durchs gebiet da hinten drüber rückke vor ich glaube ich habe da vorne ein fallschirm gesehen da vorne ist da oben sind äh spieler was heißt jetzt für uns ich habe die angeschossen wir gehen weiter hier hier ich habe die angeschossen hier nähert euch jetzt dem zielobjekt das fahrzeug ist im lagerhaus feuererlaubnis für alle bedrohungen in diesem gebiet erteilt ok pass auf gehen ins lagerhaus hier geht es runter da drin sind ich fahr gut bin drin ok go bin auch drin helikon ja ich suche ihn schon und ich werde hier durch beschaffen wir müssen warten auch tanken und reparieren warum mache ich jetzt ich kann der ziel auf weiter fülle ab fülle ab fülle ab buch ist tot ok 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 dankstelle bringt da einen k.i ja fahr mal hier an die tankstelle bringt da einen k.i ja gut aus sieht gut aus nehmen wir noch sprit mit ok 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 aufgedankt haben wir auch so ich fahr hier durch hydrauliker Dingszeug durch Achtung k.i voraus k.i voraus Ok. So, wo ist das schwere Heli? Schwere Heli ist am Flugplatz. Scheiße. Ja, und da ist der Waffenkoffer. Ja, wir gehen dahinten raus. Kai hier. Jeep voraus. Links. Das ist natürlich jetzt auch etwas mies mit dem Ding, wa? Ja, aber Lichty, wir haben die Woche auch ein komplettes Team ausgeschaltet. Die hatten auch so ein Teil. Die sind aber auch ausgestiegen. Ja, die hatten ja einen Jagdauftrag. Lichtauftrag. Was? Hier was im Einsatzgebiet. Hohe, hohe Feindaufkommen. Achso. So. So, bleib du drin. Ich hole ein Heli. Ich hole ein Heli. Rücke vor. Rücke vor. Rücke vor. Rücke vor. Vor uns, Feind. Und rein. Komm. Rücken rein rein. Rücken rein rein. Rücken rein rein. Hey, Alter. Was haben wir denn da vor einmal? Automatisch. Das war eigentlich schon der zweite Auftrag, den wir in... Der dritte. Ja, das sind doch... Das sind doch einfache Aufträge. Es ist ja nicht so eine... Oh, Eildemo. Ja, weil man einen Auftrag gemacht hat. Danke, Arm. Was wir hier mal eine Zeit, was wir noch machen wollten. Ja. Schön. Nächster Auftrag erfüllt. Aber für den Kommandanten, das ist ein bisschen... Scheiße. Scheiße, was?